Willkommen zurück meine lieben Freunde, ich bin's euer Odo und wir sind hier beim Minimetro. Hurra! In unserer zweiten Folge schauen wir uns Paris an. Ah, wundervoll. Viele, viele Inseln. Das wird schrecklich. Das sehe ich jetzt schon. Ah, die Seen. Fangen wir mal so rum. Brauchen wir noch keine Runde machen. Ich habe ein großes Vertrauen darin. Ja, ähm, ich habe jetzt zwei oder dreimal gespielt. Schauen wir uns mal möglichst wenig Brücken verbrauchen. Das ist auf dieser Karte nicht so einfach. Kann man das eigentlich da rüber lassen. Hm. Hm. Oh, hier haben wir noch eine dritte. Hihi. Ach, warte mal. Oh, das ist vielleicht so. Okay, das ist vielleicht jetzt nicht die perfekte Lösung für diese Strecke. Oh, das ist vielleicht so. Hm. 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 Ha, und unsere erste Kreislinie haben wir. Das ist auf jeden Fall effizienter als vorher noch. Ja, ausgesprochen beruhigend. Oh, noch ein 3, ein Viereck, ein Quadrat. Juhu, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, Vierecke sind gut. Noch haben wir alles unter Kontrolle, aber wer weiß, was noch alles passiert. Oh, und schon haben wir einen Steigebahnhof oder einen Waggon. Hm, und einen Waggon. Ähm, ja, wie erreichen wir den hier? Hm, von hier. Machen wir das so. Hm, vielleicht... Machen wir das sogar so. Oh, wir haben keinen Tunnel mehr. Ach, das ist nicht gut. Dann hätten wir es vielleicht auch nicht so machen sollen. Äh, ja. Vielleicht machen wir es dann ganz anders. Kurze Pause. Wir machen da eine... Äh, da ist ja noch was. Hm. Hm. So, hm. Irgendwie... Nein, das ist nicht gut. Vielleicht... So besser. Drei Dinge tun, das brauchen wir auf jeden Fall bald, wenn das so weitergeht. Äh, ja. Okay, 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 okay. Erstmal, da müssen wir es so machen. Zweitens, wir müssen da rüber, das heißt, das können wir da nicht so lassen. Ach gut. So, mal so. Äh... Das bleibt ein Gräs. Und... Okay, start her. Und... Okay, help. Okay, help. Was? Ach, wie... Mist. Das schreibt mir jetzt erst auf. Ich kann keine Gräsrunde machen. Zumindest nicht da hinten drinnen. Okay. Äh... Okay. Äh... Du kannst das dann nicht machen. Das heißt, du verbindest diese hier. Und kannst dann auch gleich... Nö, 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 nö. Und bis sofort gehen, wenn du jetzt hier. Und. Und wenn du interessiert... Und du gehör... Und du gehörst... Mäst du hier. Und du gehörst... Und du gehörst. Du gehörst. Ja... Ja... Du gehörst. Ja... Du gehörst. Ja... Du gehörst. Ja. Okay, funktioniert das jetzt besser? Schauen wir mal, das sind immer sehr lange, das ist aber ärgerlich. Sehr lange Linien da, super. Genau so einen will ich hier haben. Noch so einen doofen Kreis, als ob ich nicht eh schon genug davon hätte. Ich hätte ganz keine Patunen lassen. Na gut, dann nehmen wir vielleicht noch eine Bahnlinie. Vielleicht, das ist vielleicht gar nicht so blöd, wir werden da oben die schön miteinander verbinden. Okay... Machen wir das so. Ja, außerdem hier sind die Leute schneller unzufrieden. Es genügen vier Leute, die drinnen sind. Also der fünfte macht die Leute schon unzufrieden. Das macht mich ein bisschen und das irritiert mich jetzt ein wenig. Okay, machen wir das so. Ah, Paris ist kein gutes Pflaster für Leute, die... Ah, U-Bahnen hin und her transportieren. Okay... 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 Ah... Gut... Das ist nett, dass du da ein paar mitnimmst. Und du lässt dich alle hier. Das macht gleich... Das macht gleich... Gleich viel Sinn. Er hat nicht immer genügend Leute, um das alles aufzunehmen. Hm... Interessant, wir haben die vierte Woche überlebt. Noch eine Bahnlinie oder einen Waggon? Hm... Schwer zu sagen. Vielleicht noch eine Bahnlinie, wir werden folgendes machen. Wir werden den einfach kürzer machen. Hm... Nur bis hierher und dann brauchen wir da... Noch eine Bahnlinie rüber. Aber es sind einfach zu viele Kreise hier. Hier kann ich eigentlich gar nichts machen. Ah... Ja, das war's dann wohl. Herrschaften, das war ein peinliches Ende. Na gut, ähm... Paris war eine Katastrophe. Wir können noch... Ein wenig im Endlos-Modus weiterspielen. Da gibt's keine Unzufriedenen. Das ist eine neue Lok für deine Metro erhalten. Oh, das ist aber lieb. Wollen wir mal noch mal... Noch eine Bahnlinie. Hey, Tonle. Hey, Tonle. Juhu! Endlich! Das heißt, wir können da irgendwas quer verbinden. Wir können da die Gelbe... Noch eine Lok. Noch mehr Tunnels. So ist es einfacher und netter. Wir nennen die Leute nicht anschreien vor lauter Wut, sondern auf dem Motto. So, zwei Tunnels hätten wir noch gekönnt. Dieses Ding hier. So verbinden. Boah. Jetzt schaut es lustig aus. Okay. Okay. Oh, so. Hm. Das war nicht gut. Wir müssen schon so machen. Schweren nicht so machen. So. Wir müssen noch etwas tun, was wir machen. So. Wir müssen jetzt hier. Wir könnten natürlich... Ah, ok, das geht nicht. So... Also... So... So... So, und die da außen rum. Hey, und in der Mitte ist noch ein Stern entstanden. Ich frage mich genau, was diese Anzeige sein soll, aber gut. Eigentlich wie viele, ähm... Okay... Was machen wir grad mit der hier? So sind wir nämlich. Da passt noch mal schöne Teams rein. Okay, ja, also wir könnten das jetzt in alle Ewigkeit so weiterspielen. Da wir im Endlosmodus sind, passiert uns ja nichts mehr. Äh, ich denke, ihr habt Paris gesehen. Paris ist jetzt nicht so... Irgendwie... großartig. Oder? Vielleicht schon. Okay... Das da... Kommt da her. Ja... Okay... Herrschaften... Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. ổn... Hoo- Ja... Puh-